Das Video, das dann folgt, ist ein Video von einer meiner Übungsstunden mit meiner Mutter, weil meine Mom und ich haben oft so diese Situationen, wo ich einfach Sachen noch lernen muss, weil auch wenn sie doof klingt, auch wenn es voll die albernen Sachen sind, wo jeder sagt, das kann man schon seit Kindheitstagen, habe ich oft so die Problematik, dass wenn ich nach dem Overlaut versuche, etwas wieder zu tun, was ich mal konnte, ist teilweise dann nicht mehr funktionieren und da gibt es dann eben bei meiner Mom manchmal so Übungsstunden und die letzte Übungsstunde war Reinigen von einer Flasche und da dachte ich mir, das zeige ich euch mal und ja, das Video, das kommt dann. So, jetzt muss ich mir noch mal ein Zellchen setzen, damit ich weiß, wo ich noch mal ein Kass setzen muss. Jetzt läuft das Wortenrautendupst. Oh, es läuft! Okay, dann nochmal versuchen. Der Schwamm ist im Trinkgefäß. Das ist keine Babyflasche. Keine Babyflasche, weil sonst wäre das Baby wahrscheinlich schon verhungert mittlerweile. Ey, das ist jetzt voll bösartig. Na klar, ist das bösartig. Was machst du jetzt da? Ich habe Angst, dass ich nass werde. Beim Putzen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man nass wird. Ganz ehrlich, ich habe vor vier Wochen meinen Albtraum, der hat genau so angefangen. Mit mir und einem Wasserhahn in der Nähe. Knatsch, knatsch, knatsch. Ich habe so Angst, wenn du wirst, mein Adrenalinspiegel ist gerade über 10.000, Mami. Elena und Wasser. Ich, ich mal mir die schlimmsten Situationen. Jetzt das reicht, das ist ja neu gekauft. Hilft dem Schwamm raus, genau. Das, der dir jetzt nicht ganz hoch kann, sonst spritzt es noch mehr. Ja, wie soll ich das jetzt? So wie vorher, schräg. Die ganze Situation ist schräg. Wohlfahr. Okay, 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 und das macht wupsch. Gut. Du bist das schön. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Man kann schon das Gäbchen sehen. Kommt, wie schön. Spinnerle, jetzt auswaschen. Spüli weg. Juhu, die Trinkflasche ist gewaschen. So. Oh, jetzt ist meine Beruhigungstablette. Das war's wie andere. Also, wenn man bedenkt, dass ich bei der ersten nass geworden bin, bin ich sehr stolz, dass ich es durchgezogen habe. Dass du es durchgezogen hast. Ich bin stolz auf mich. Okay, nass Video aus. Oh, Mensch.